Hier auf dem verschwiegenen, rechteckigen Rasen des Gartens hatte ich begonnen, mir einen großen Film vorzustellen. Ich wusste nicht, wie. Und dann, im Januar 2009, kamen die Godons. Wenn Amerika das sein möchte, was es zu sein in der Lage ist, was es zu sein träumt, muss es sich von Gott ab und den Dollarschein zuwenden. In den geschlossenen Türen, da herrscht in unserer Familie, ich gebe es offen zu, die Hölle. Du hast alles kaputt gemacht! Unser Vater sollte eindeutig Besseres im Sinn haben, als einer russischen Kunsttonin hinterher zu laufen. Ich bin der General meiner selbst, und mein Körper ist der Fußsoldat, der den Befehlen des Generals geworfen hat. Warum gibt ein Mann seine Heimat, findet seinen Namen und beginnt ein neues Leben auf der anderen Seite der Welt? Fuck you, Donald Trump and everything you stand for. LeVar Ball, good looking out. I wouldn't have thanked that motherfucker, either. You should have left him in jail. What kind of nigga is you, man? Garbage. Geh. 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 Geh.